Was ist das Thema Ökonomie und Bildung? Wie war denn euer Eindruck? Dieses ganze Thema ist ja etwas, was uns alle in den Bildungseinrichtungen beschäftigt. Wie gehen wir mit steigenden Kosten um oder müssen wir die Kosten nicht pro Teilnehmer senken in den nächsten Jahren? Ja, also ich fand das eine sehr spannende Session, weil da für mich ganz neue Impulse kamen, dieses Thema mal ganz anders zu betrachten. Also, dass Qualität nicht unbedingt davon abhängig ist, ist es eine Präsenzveranstaltung oder ist es eine Online-Veranstaltung, sondern es hängt viel davon ab, war so mein Eindruck, von der didaktischen Aufbereitung. Was ist so der Grundgedanke? Was haben wir für einen Bildungsauftrag? Was passiert da auch auf dem Markt? Was kommt auf die Hochschulen zu? Was machen so die anderen Bildungsanbieter? Ja, und da sind jetzt so viele Impulse. Ich merke, das muss ich gerade noch so setzen, aber wo ich merke, ich komme in so ein Umdenken. Ich lege auch Vorurteile ab, merke auch so, wie stark meine eigene Lernbiografie doch auch einfließt. Und ja, ich fand es einen ganz spannenden Dialog. Und vielen Dank an Herrn Pape, der das auch sehr schön visualisiert hat. Und ja, ich bin da ganz beeindruckt von. Ja, der Herr Pape steht jetzt hinter der Kamera, den können wir gar nicht sehen, aber Inola, wie war dein Eindruck? Ja, ganz zentral ist die Fragestellung, ob wir fremdgesteuert Lernformate anbieten oder eben selbstgesteuert. Das hat Herr Pape mit seiner Visualisierung, finde ich, sehr schön deutlich gemacht, was aus meiner Sicht dazu führt, dass wir als Bildungsanbieter auch lernen dürfen, loszulassen und auch lernen dürfen, umzulernen an der Stelle. Also mehr Verantwortung in die Hand des Lernenden zu geben und ja, dadurch natürlich auch mehr Verantwortung übernehmen müssen, Irritation bei uns selbst als Lernende bzw. Bildungsträger auch auszuhalten. Das war für mich sehr spannend. Und natürlich auch so diese Unwägbarkeit. Ja, wie viel kommt denn am Ende an Kosten bei diesem Lernformat bei rum? Da müssen wir ganz neue Geschäftsmodelle auch entwickeln. Das wird spannend. Und wir haben ja auch über Formate geredet, zum Beispiel das Thema MOOC war ja nochmal auf der Tagesordnung. Könntet ihr euch vorstellen, als Fachhochschulvertreterinnen mit anderen Bildungseinrichtungen MOOCs zu bestimmten Themen zu machen? Wäre das ein Format, was passen würde? Also für mich ist es im Moment noch so ein Impuls, wo ich denke, da muss man drüber nachdenken. Aber da kam ja auch vorhin in der anderen Session die Aussage, dass es an vielen Hochschulen schon gemacht wird und dass es irgendwann gar nicht mal die Frage sein wird, ob man das macht, sondern dass es einfach Standard sein wird. Ich fand unter dem Aspekt sehr spannend, darüber nachzudenken und da werden wir sicher auch innerhalb der Hochschule ins Gespräch kommen, dieses Thema Bildungsgerechtigkeit. Also dass man über MOOCs auch Schüler, Studenten, Professoren, Unternehmen zusammenbringt zu Themen und da auch Impulse setzt, neue Berufsbilder kennenzulernen, Gruppen zusammenzubringen, die so im normalen Leben zu einem bestimmten Thema gar nicht zusammenkämen. Und da auch so Sachen aufzubrechen, wo wir im Moment noch zu sehr in Formaten und Zielgruppen denken. Und das ist für mich ein ganz neuer Ansatz und ich denke, dass das auf jeden Fall was ist, was sehr gut auch in unser Tätigkeitsfeld passt und wo wir auch ganz stark in Dialog gehen werden. Ja und was wir an unserer Hochschule sehr stark im Moment auch vorantreiben, ist dieses Modell Flipped Classrooms bzw. Inverted Classrooms. Es geht ja in diese Richtung, es muss vielleicht nicht immer ein MOOC sein, aber das eben auch auszuweiten auf jetzt andere Weiterbildungsteilnehmer bzw. wie war das schöne Wort, Lerngruppengemeinschaft. Lerngruppengemeinschaft, wir sprechen nicht mehr von der Zielgruppe, sondern Lernbedarfsgemeinschaft, genau. Das fand ich einen sehr schönen Begriff auch zum Umlernen. Ja, also da einfach mal kreativ zu sein und neue Wege gehen, das ist das, was ich für mich mitnehme. Ja, spannende Eindrücke aus einer sehr guten Session. Ich gebe zurück ins Studio.